Schönen guten Abend zusammen! Daniel, der Dirty, der schmutzige Daniel ist wieder da! Es geht weiter in unserer Serie mit den 5 Minuten Gameplays. Jetzt ist das Spiel Sticks dran, Master of Shadows. Dieses Spiel gibt es leider nur auf Englisch, beziehungsweise ich spiele es halt sehr gerade auf Englisch. Ich glaube aber, dieses Spiel gibt es wirklich nur auf Englisch. Das ist ein recht neues Spiel auch, wie ihr sehen könnt. Ich habe die höchsten Einstellungen genommen. Ich weiß jetzt, ob das jetzt recken wird oder nicht. Ich probiere es einfach mal mit der Aufnahme. Also ich habe es wirklich auf den allerhöchsten Einstellungen eingestellt. Alles high, 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 16-fach die höchste Auflösung eingestellt. Das ist 3840 x 2160. Ja, in dem Spiel seid ihr, wie soll man sagen, eigentlich ja, ihr seid ein kleiner Goblin. Ihr müsst sozusagen erstmal vier verschiedene Aufträge annehmen. Am Anfang müsst ihr euch erstmal eine Waffe besorgen. Seht ihr ja, die habe ich jetzt schon. Das ist euer Deutsch. Und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Jetzt weiß ich noch nicht, ne? Current Zone Elevator. Ach so, das sind die Relikte. Das sind meine Fähigkeiten. 0 von 4, alles, alles 0 von 4, okay. Kill Predator, aha, okay. Mission. Main Objectives, find your way to the hideout. Ich kann einfach da runter jumpen. So, ja. Und er sieht doch nicht schlecht aus. Er kann einfach hier runter. Ah ja, geht doch hin. Hey, Styx, over here. What's that? Somebody there? Hey, Styx, over there. Hey, Styx, over here. It's Ozcan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Ozcan? Oh, my heck. Yeah, I know that name. Ozcan. Yes. You can trust him. Anyway, you don't have a choice. About time, Styx. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in. There was a slight hitch. Oh, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone to it. I will take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout. Now, you asked me too. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn, this headache. Must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm after the hideout then. You'll tell me the way. All you have to do is follow the marks I make here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one can spy with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Wait, wait, wait. You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh, yeah. One thing I didn't tell you. The hideout is in the sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And I think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks it's best not to take risks. And anyway, the last week was already taken. It's you. Go on ahead. Pick up the pry bar and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Oh, well. Looks like Ozcan carries a flash in his belt. I hope I haven't lost my touch. I might be humbled. I think I got the fire in the distance. See ya. I'll be wrong with the Americans in the left. Okay, now I'm out of the way. Oh, well. I think that we have to go. And then, we're going to go. He's getting away from the left. Okay, so now I'm out. oder? Fuck. Ja. Ah shit. Heftig ey. Also das mit der Kammeransicht, das machen wir auch ein bisschen nervig. Ah kletter doch. Oh man, das ist voll schlimm ey. Okay, also da liegt jetzt, jetzt kriegt man sozusagen die ganzen Aufgaben, also man wird in das Spiel sozusagen. Man erfährt immer mehr. Man bekommt immer mehr Aufgaben sozusagen. Die erledigen müsst, die ihr erledigen müsst, weiterzukommen. Boah, das soll ich schaffen ey. Boah, das soll ich schaffen ey. Ja und. Nein. Kletter rein, genau. Kletter rein. So, ich speicher mal ganz kurz ab. Und das war's auch. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Bye bye. Bye bye.